Auf der anderen Seite, ich bäsche sehr gerne die moderne Linke. Sie gibt mir sehr viel Angriffsfläche. Wenn ich Megafon rausbringe, wen hörst du da am Anfang? Immer Rudi Dutschke. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Rudi Dutschke der Erste wäre, der sich heutzutage von der Linken distanzieren würde. Ich habe seine Bücher mir so nicht durchgelesen, aber ich habe eine Menge, Menge davon gelesen und ich habe auch das von seiner Frau, glaube ich, veröffentlichte Tagebuch von Rudi gelesen. Da, wo seine eigenen Gedanken waren. Also dritte, niedergeschrieben wurden, was er als Mensch für eine Philosophie an den Tag gelegt hat und was für ein politisches Mindstate dieser Mann gehabt hat. Rudi Dutschke, das ist ein Mensch so wie Tupac. Wenn du Tupac aus der Hip-Hop-Gleichung entfernst, dann sind alle, die heute berühmt sind, berühmt. Nochmal.